Es wird Zeit meine nächste Ankündigung Engel Schwarz zu machen und als großer SEO-Fan war es natürlich auch dieses Spiel, weil man auf meine Abschlussliste irgendwie mal kommt und jetzt irgendwie mal gezockt wird und dann willkommen zu meinem komplett neuen Projekt zu Swallow Online, Way Hollow Fragment, ein Remake des ersten SEO-Spiels, der Vorgänger von SEO Lost Song, also von der Story her und ganz ehrlich, ich bin jetzt echt schon gehypt auf dieses Spiel, weil hier geht es jetzt ja direkt hier um einen Grad und nicht jetzt hier um Alpha Online, was wir beispielsweise hier kennen aus Lost Song oder X-Men vs. Online, wo die beiden Spiele sind sowieso mehr als geil, oder GKO wie in Fate of Bullet, sondern heute geht es wirklich um einen Grad und ich bin echt schon sehr gespannt, was jetzt hier aus diesem Spiel erwarten wird, wie das Gameplay sein wird, was wir alles bekommen werden, was wir alles erleben werden, ich bin echt schon richtig hyped auf dieses Game und ja, ich denke mal, das Volkeplänkel sollte eigentlich ausreichend, ich würde mal sagen, ich darf wieder spielen spielen, und ja, falls es wundert, weil es hier alles auf Englisch ist, ich kriege das leider nicht auf Deutsch gestellt, falls einer von euch weiß, wie das gehen kann, falls das überhaupt möglich ist, schreibt es gerne in die Kommentare, ich habe es in Optionen nicht gefunden, ich kann es sich selbst aber zeigen, sonst glaubt mir da eh keiner mehr, hier, ich sehe keine Einstellung, die mir erlaubt, irgendwie die Sprache abzuändern, falls irgendwer weiß, wie man das einstellen kann, der kann mir das gerne in die Kommentare schreiben, würde mich sehr freuen, wenn man es auf Deutsch stellen könnte, falls nicht, das ist auch okay, ich meine, wir können doch alle Englisch, oder? Also, ich hoffe, ihr könnt es zumindest, na dann, legen wir mal los. Link, start! Okay, das sind Beta-Data, please confirm data embrace, okay, if there are no issues. Okay, also können wir uns jetzt hier unseren Charakter aufbauen, greile, kann man das jetzt umschreiben, Moment, ja, können wir, ne, wir können unseren Charakter jetzt hier designen, geiler Scheiß, Alter, natürlich Chaos, weil wir geil sind, so, kann man jetzt so weiter anscheinen, ähm, das passt auf jeden Fall, komm, ein bisschen größer, komm, ein bisschen groß, ähm, Hairstyle, ist das geiler, was gibt es nicht für Hairstyle, what the fuck, Alter? Ähm, ja, was zum Geier? Ist der mich irgendwie an, keine Ahnung, an Taste of Vesperia, keine Ahnung? Moment, komm, ach du großer Gott, was gibt es hier alles? Ähm, warte mal, das ist doch, ist das nicht die, das GGO Hairstyle? Ja, das, ne, 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 das gibt's wirklich die ganzen Hairstyle, die auch in den anderen Teilen vorkommen, geil, das ist auf sein Haarstil aus, ja, einfach online, nachdem er es geschafft hat, oder? Oh, komm, nicht mit dem, der ist doch ein geiles Haar, lass mal so, wie es ist. Äh, was zum? Was zum Teufel? Ähm, joo. Baba. Alter, der Blick. Ich werde mir mal die 14 merken, weil die 14 passt, glaube ich, zu mir. Ich brauche was Aggressiveres. Also, wer das genommen hat, der muss echt emo-mäßig top sein. Ähm, wir nehmen die 14. 14. So, testen wir mal aus. Die nehmen meine Stimme, die passt am besten. Ich brauche eine echt männliche Stimme und da passt Kibbit das am besten dazu, obwohl, ganz ehrlich, die deutsche Stimme finde ich besser. Login in, using selected character data. Das ist von�만, und wir zeigen, als ich da machen was. Lieter, sondern nur noch, Salz, ganz últimos kommt langsam. Das ist Okey im Tuftun. Der Alt funktioniert. Zu heißt Kibbit, kube submit carreger L con ludzonen. Kriter vice scrap, sollte das Gelte Bloom sein. Zusammen! retrieve Tand, Carolina. Zahlen. gressiviert. werkt ist Canvas Fragen. Der Geld ist. Okay, Term Britann und sagt. Nachrichten,selle�ob. viewшbar. Ah! 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 Orange Player? Ah! 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 あんた…誰? それはこっちのセリフだ! くっ… Ah! Ah! … … スカルリーパーだと? … … … … … … … … Ich habe mir gedacht, dass ich hier ein Blut verletzt habe. Ich habe mir gedacht, dass ich mich nicht mehr so fühle. Na, du bist! Ich habe hier einen solchen Monster gefunden. Ich habe mich nicht mit dir zu sprechen. Ich habe mich nicht mit dir geholfen. Ich weiß nicht, was ich? Es ist gefährlich! Du, warum? Ich kann nur das, was ich. Ich kann nur das, was ich. Aber ich kann nicht, was ich. Du kannst etwas, was ich? Was ist das? Ich werde es nicht mehr schlafen. Was ist das für mich? Ich werde es nicht mehr schlafen. Ich werde es nicht mehr schlafen. Warum? Ich werde es nicht mehr schlafen. Ich werde es nicht mehr schlafen. Ich werde es nicht mehr schlafen. Aber ich möchte mich nicht mehr schlafen. Dann hätte ich mich nicht mehr schlafen. Ich habe es nicht mehr schlafen. Entstanden. Ich werde miide das zusammen. Ich werde es nicht mehr schlafen. Das Spiel fängt doch schon mal richtig gut an. Wir fangen mit dem Spiel an und das erste was wir machen ist ein Boss von der Ebene 75 töten. Also ich weiß auch nicht. Tab B for Chain Burst Attacks. Okay. Breast B at precisely the right time to combine powerful Burst Attacks and unleash Burst Chains. Okay. Okay, there is the Burst Goat Chain Attacks to boost the power of a Swordskill Finisher. Gut. Chain Strikes inflict heavier damage. Unfold and boost the power of the final Swordskill. I don't know what to hit them. Okay. Na komm. Fick die. Moment. Ah, wir sind aufladen und dann töten. Moment, kann man die verteidigen irgendwie? Ich weiß nicht, kann man sich wirklich verteidigen in dem Spiel? Ähm, ich weiß nicht, kann man ja ausweichen? Ähm, was? Was zum Teufel war das gerade? Dann bitte Quick Step. Okay. Move via Pressing A to perform a Quick Step Dodge. You'll be inveneable to enemy strikes for a short period. Know that you cannot perform Quick Steps if your Burst Goat is straight. Combine Burst Attacks and Quick Steps to give yourself an edge in battle. Okay. Ähm, ja. Hi. Waaah. Haus gewissen. Komm her. Stirb. Moment. Können wir uns ja verteidigen irgendwie? Ähm, oder was macht er jetzt? Ähm. Switch to Reset Risk. Your current level of risk will have an impact on your Burst Goat, okay? As your risk builds up the speed at which your Burst Covers will be reduced. Risk will reduce over time, decreasing more rapidly when you are not targeted by enemies. You take more damage when you are at risk. So, remember to always be careful. There are many ways to lower your risk level. Start by mastering the art of switching to encounter and other party members to which that risk. Okay. Wie geht das? We rely on attacking the battle. Learn to await attacks, give orders, use skills to support your team and keep your damage level low. Okay. So, kann ich jetzt abhauen, sozusagen. Ähm. Jo, ich versuch's mal. Ah! Greifst du an? Come here! Stirb! So, und jetzt komm. Kann man jetzt mal eine... Und wie kann man jetzt hier Final Strike machen? Nice Job, ne? So, und jetzt kann ich... Liegen attack, okay. Protection barrier. Okay. Ich habe mich nicht mehr als ein Schwerger gesehen. Skull-Lieper... Ich habe das erste Mal gesehen. Ich habe die 75-Song-Boss mit einem 75-Song. Was ist denn das hier so? Das ist genau das... Aber ich habe mich sehr leichter gesehen. Ich habe das gleiche Stats, wenn ich mich nicht mehr gewinne. Ich habe nicht so gut gesehen. Ich habe nicht so, dass ich mit mir das Gefühl, dass ich nicht so viel zu tun habe. Aber ich würde sagen, dass ich mich nicht so einfach immer wiederum bin. Ich glaube, das ist doch nicht so, ob ich es und es ist. Wenn ich etwas mache, dann sage ich. Du bist wirklich? Ich glaube, dass du sie mit unseres仲間 bist. Was ist das? Was ist das für Sie? Wer ist das? Ich glaube, das ist wirklich. Aber... Ja... Das ist das Orange. Ich glaube, dass ich das nicht so fühle. Warum kann ich mich einfach sagen? Ich habe mich überrascht, aber... Es war nicht so, was ich. Kann ich mir sagen? Okay. Ich habe mich vor, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich habe mich nicht verletzt, dass er mich nicht verletzt hat. Ich habe mich nicht verletzt, dass ich mich nicht verletzt habe. Was? Du hast gesagt, dass es nicht gut sein kann? Ich verstehe das. Aber ich möchte noch ein paar Dinge fragen. Dir mal, wo ist das hier? Ich weiß nicht, dass es in SAO ist. Ich weiß nicht. Ich habe noch ein paar Monate vor, aber ich habe noch nicht gesehen. Ein paar Monate vor? Das ist die Crystal in der anderen Seite. Was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass es hier ist. Ich werde das System oder Message benutzen. Wenn du nicht der Schlechschluss hast, dann muss ich den. Ich bin schon mit mir gekommen. Entschuldigung. Du bist... Folgendes Daten. Er wurde von Access制限. Was ist das jetzt? Du... das ist... ... was ich? Was war das? Der Fall ist, wie es das? Oh, wann ich diese Idee war? Es gab es nur noch nie... ... und wie es das Anrufe von dem Anrufen im Anruf gibt? Was ist das Thema? Was ist das? Was ist das? Was ist das hier? Was ist das hier? Ich weiß nicht, aber... Hey, die Hand! Was ist das? Was ist das gleiche? Was ist das gleiche? Was ist das gleiche? Das ist das gleiche. Ich weiß nicht, wenn ich das hier bin. Ich weiß nicht, ob ich es nicht mehr so mache. Wenn ich das hier bin, dann will ich es dir. Wenn ich das hier bin, dann kann ich es dir. Das ist das Problem. Aber es ist das einfach so einfach, dass ich das hier bin. Nein, ich glaube, dass ich es nicht so einfach. Ich glaube, dass ich es nicht so einfach. Aber wenn ich mit dem Skull-Reeper war, dann hat er sich geholfen. Das stimmt, aber... Ich habe mit dem SAO einen Kampf gemacht. Ich habe nur das, was ich. Ich bin Kirito. Du bist? Filia. Filia? Was? Du bist ein Mensch, oder ein Mensch, oder ein Mensch, oder? Ich glaube, es ist ein Mensch zu sehen. Das ist ein Mensch, oder? Okay, ich zeige dir. Wir gehen. Ich kann nicht glauben, dass das Filial ist, oder? Die wirkte komplett anders als sonst in den anderen SEO-Times. Find your way if you forgot where you're supposed to be heading. Check the Ausrufezeichen mark on the holomap or check the event list. Okay. Boosting bad is strange. You are about to get underway and you will be meeting plenty of potential partners. But to get things underway, let's video show you how it's done. Okay. We're ready to try. You can unleash a burst attack even when the burst gauge is empty, but it won't have nearly the same effect. Without pressing B, you will be attacked automatically, so while you are waiting for the ghost to build up, give orders to Alice or use battle skills. Okay. You can give orders and use skills to pressing different buttons. Ah ja, das hatten wir auch schon anders probiert, ne? Don't sit here with an attacking battle. Learn to await attacks, give orders and use skills to keep your teams over damage level 0. Ja, das haben wir schon verstanden, ne? Hallo! Ähm, ja. Ja. Ich würde sagen, wollen wir kurz mal, äh, ich will mal anhalten hier. Ich hoffe, die bleibt mal kurz ruhig hier. Also, ähm, Equipment? Können wir uns dazu, wir können uns trotzdem bewegen, what the fuck? Kann das Spiel nicht anhalten oder so? Ich hoffe, wir sind hier mal kurz sicher, dass ja keiner uns angreift, ne? Auf jeden Fall, ja, was soll ich sagen? Ein schöner Einstück in dieses Spiel. Also, wir fangen mit dem Spiel an, landen mit beim Bosskampf, lernen Filjaken. Also, das kann wohl das beste Abenteuer aller Zeiten werden. Wir haben schon Illustrator und, ist das Dark Web Pursor? Ja, das ist Dark Web Pursor. Und weil die Grafik sieht so gut aus. Na gut, das ist jetzt hier 4K Auflösung bei mir, für euch ist jetzt noch Full HD. Weil, ich habe es jetzt hier auf 4K aufgeschlagen. Ich könnte es machen, aber das kostet mir zu viel Speicherplatz. Das kann ich jetzt nicht einfach aufopfern, ne? Von daher, ja. Nein. Gut. Und Friends. Ähm. Jo. Und wo sind die jetzt? Messages. Track. Ähm. Ja. Wo ist denn das da eigentlich? Und wo ist Yui? Na gut, wir werden wahrscheinlich alles da erfahren hier in dem Spiel. Auf jeden Fall, danke, dass ich dabei war bei diesem ersten Part von Svorder Online. Holo Fragments. Wir sehen uns natürlich dann im nächsten Part wieder, wenn wir uns hier mal ein bisschen genauer umgucken. Bis dahin. Und Emirates Control. Ja172 aus. Tschüss. Mit rationimo. Wir haben hier위ffen die richtige gemacht aus. Es runter kann richtig immer was.